Wenn du eine Frau siehst und das Gefühl hast, sie würde nie mit mir zusammen sein, selbst wenn ich mich trauen würde, den nächsten Schritt zu gehen, dann hätte sie kein Interesse an mir, dann passiert etwas Verrücktes in dir drin. Diese Gedanken und deine Angst wollen dir weismachen, dass da dein Gewissen mit dir spricht. Aber stell dir diese Frage, warum denkst du dann ständig darüber nach, wie schön es doch wäre, mit ihr zusammen zu sein? Warum sind da diese Gedanken des Wunsches, des Bedürfnisses nach ihr? Das ist dein Gewissen. Es ist nicht die Stimme in dir, die sagt, du bist nicht gut genug und du sollst es auf keinen Fall wagen. Es ist die Stimme in dir, die sagt, dass du es verdient hast, dass du schon längst gut genug bist. Und ich weiß, manchmal hören wir diese positive, diese unterstützende Stimme viel zu leise. Wir sollten uns alle öfter Dinge trauen, die uns Angst machen. Dinge, die, sobald du dich getraut hast, dich wirklich lebendig fühlen lassen. Wir machen einen Riesenfehler, wenn wir unser Gewissen verwechseln mit unserer Angst oder unseren Ausreden. Du weißt, dass es das Richtige wäre, zu deinen Bedürfnissen zu stehen, es einfach mal zu wagen, zu ihr hinzugehen, den nächsten Schritt zu wagen oder einfach mal ein Gespräch zu beginnen oder bei der süßen Frau im Bekanntenkreis, die du einfach mal nach einem Date fragen könntest oder die Frau, mit der du schon auf einem Date warst oder zwei, aber dich einfach nicht getraut hast, dein innerliegendes Charisma für dich spielen zu lassen und das Ganze aufs nächste Level zu heben. Das weißt du instinktiv, weil wenn du das tun würdest, dann würdest du nicht auf deine Angst hören. Du wärst in solchen Momenten größer als deine Angst. Und das, das ist dein Gewissen. Das ist die Stimme in dir, die weiß, was das Richtige ist, wo du glücklich sein wirst. Es gibt nur zwei Sorten von Schmerz auf dieser Welt. Der Schmerz des Erleidens und der Schmerz des Bereuens. Und Bereuen ist viel, viel schlimmer. Und diese Reise erleben Männer ständig, wenn sie endlich einen Leitfaden haben, dem sie daran folgen können, so wie dieser Mann hier in meinem Coaching-Programm. Und dann hat sie tatsächlich irgendwann dann, wie hier im Laufe des Gesprächs erwähnt, endlich ein Mann auf Augenhöhe. Dann habe ich halt gesagt, Mädel, lass uns halt erst mal so sein, wie wir sind und beim jeweils anderen Entfalten. Dann habe ich eine tiefgründigere Frage gestellt und dann hat sie mir und nicht, dass ich gefragt habe, hier ihre Nummer gegeben. Wirklich nochmal ein Dank aussprechen an Andy. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, meine Aussprache ist jetzt nicht so oder halt manchmal holprig einfach. Das liegt daran, dass ich Stotterer bin. Bei ihr läuft es tatsächlich sehr gut. Wenn du endlich wissen willst, wie du dein inneres Charisma nach außen tragen kannst, sodass Frauen es ebenfalls sehen und dich mit diesem strahlenden Blick anschauen, dann komm in unsere kostenlose Flirt-Type und Charisma-Analyse. Hier ist der Link. So und jetzt stell dir mal vor, da steht diese Frau. Sie schaut umher, hat schöne dunkle Haare, große, offene Augen, ein hübsches Kleid an und du weißt, du könntest hingehen und mit ihr ein Gespräch anfangen über den Bus, der sich gerade verspätet hat oder gleich, dass sie dir gefällt. Aber du hast diese Angst. Ich habe mal ein Sprichwort entdeckt, das zum Glück mein Leben in die richtige Richtung gelenkt hat und das in super vielen Fällen und das nicht nur bei Frauen. Die Angst ist ein Kompass. Sie zeigt in die Richtung, in die wir gehen müssen, um zu wachsen. Viele Leute halten sich an das Motto, tu das, was sich einfach gut anfühlt. Aber das kennen wir schon. Dann suchen wir Dinge, die uns Befriedigung geben. Ruhe auf der Couch liegen, PC spielen, irgendetwas, wo wir nicht unsere Angst konfrontieren müssen. Und irgendwann kommt dann doch die Reue. Manchmal nach 20 Jahren, manchmal nach 30 und bei manchen meiner Kunden erst nach 50 Jahren Lebenserfahrung. Hör nicht auf die Stimme, die dir sagt, tu, was sich gut anfühlt. Hör auf das Bereuen, denn das ist der Wegweiser für die Dinge, die du tun solltest. Und Frauen fühlen sich von Männern, die ihre Angst regelmäßig überwunden haben, zutiefst hingezogen. Vergiss Aussehen, Status oder Geld. Wenn du Mut beweist, dann schaut eine Frau gleich zweimal zu dir. Das Schöne ist, wenn wir einen Leitfaden haben, wann sich das Mutigsein auch lohnt und wann nicht, dann lässt sich das Ganze auch sehr spielerisch und leichtherzig gestalten. Das macht sogar Spaß. Was herauskommt, wenn wir uns trauen, ist unser eigenes, natürliches Charisma. Wenn du wissen möchtest, wie du einige Jahre an Zeit sparen kannst und heute schon dein natürliches Charisma kennenlernst, indem du schon längst attraktiv auf die richtigen Frauen wirkst, dann biete ich dir eine kostenlose Charisma-Analyse an. Wenn du dieses Selbstbewusstsein wieder spüren möchtest und auch erkennen möchtest, wenn eine Frau schon längst auf dich steht, dann komm in diese kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Dort schauen wir uns genau an, wie dein bisheriges Flirt- und Kommunikationsverhalten bei Frauen war und welche kleinen Veränderungen vielleicht jetzt schon direkt bei der nächsten Frau, die du kennenlernst, immense Veränderungen hervorrufen wird. Also mein Lieber, die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse findest du hier.